Ja, hallo Leute, ich habe gerade die Meinung von dem, ich glaube es war Herodes, ich weiß nicht genau, hat leider nicht dazu geschrieben, wer es war, aber seine Meinung zu den aktuellen Ereignissen. Und klar, auf jeden Fall dieser Freizeitguru, der soll auf jeden Fall mehr Videos machen. Ich finde jetzt nicht, dass es Beef gibt, weil es war halt ein veganes Restaurant, deshalb gibt es da kein Beef. Und noch was, was mir jetzt halt gerade spontan eingefallen ist, also was mir halt jetzt heute auch direkt aufgefallen ist, dass man, wenn man an alten Spielen leckt, dann schmecken die halt widerlich. Also ich kann das mal ganz kurz hier, nehmen wir einfach mal hier ein altes Spiel. Wunder. Oh. Ah. Ah. Bis zum nächsten Mal.